Heute geht es um das Thema Zahlungen, genauer gesagt um Remittance-Zahlungen, also um jene Zahlungen von Gastarbeitern, die im Ausland unterwegs sind und ihre Familien daheim mit Geld unterstützen wollen. Und hier gibt es ja verschiedene Lösungsansätze, zum Beispiel Bitcoin mit Lightning, aber auch Ripple versucht mit seinem Produkt On-Demand, Liquidity und der Kryptowährung XRP dieses Problem zu lösen und quasi eine kostengünstige Alternative zu traditionellen Geldtransferdiensten wie WesternUnion und MoneyGram zur Verfügung zu stellen und warum Ripple mit XRP in diesem Markt derzeit bessere Karten hat als Bitcoin mit Lightning. Genau darüber sprechen wir gleich nach dem Intro. Herzlich Willkommen zu unserem YouTube-Kanal Kit Report. Bei uns geht es, wenn man um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, in diesen Tagen gab es eine positive Meldung, die ich auch auf Twitter geteilt habe und zwar die Marktforscher aus dem Hause Allied Market Research gehen davon aus, dass schon im Jahr 2031 Bitcoin-Zahlungen im Wert von 3,7 Milliarden Dollar durchgeführt werden und das wäre ein Zuwachs von 16% im Jahr und das hört sich jetzt erst einmal sehr gut an. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass Bitcoin mit dem Lightning Network vielleicht weitere Erfolge feiern kann, dann kann man vielleicht zu dem Schluss kommen, dass Ripple und XRP in Zukunft vielleicht überflüssig werden. Aber das ist ein Trugschluss und warum das so ist, darüber sprechen wir jetzt noch gleich. Denn wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht, dann sieht man, dass hier Ripple mit seinem On-Demand-Liquidity-Produkt und der Kryptowährung XRP deutlich in Front liegt, was das gesamte Zahlungsvolumen angeht. Also die Leute von Arcane Research schätzen, dass momentan zwischen 20 bis 25 Millionen Dollar im Monat an Bitcoin-Zahlungen über das Bitcoin-Lightning-Netwerk fließen, dann sprechen wir im Jahr über ein Volumen von etwa 200 bis 250 Millionen Dollar. Und wenn man jetzt die aktuellen Zahlen von Ripple heranzieht, laut Ripple-Angaben, hat man sein ODL-Geschäft gegenüber dem Vorjahr verzehnfachen können. Also wir sprechen hier über ein Zahlungsvolumen von 15 Milliarden Dollar. Also Ripple liegt hier deutlich vorne und jetzt kann man hier natürlich diskutieren, woran liegt das? Und ich blende nochmal eine Grafik dazu ein. Also das sind die Remittance-Märkte im Jahr 2020, also noch vor der Covid-Krise. Durch diese ganze Corona-Krise hat sich das Niveau etwas verringert, aber das sind quasi das Vorkrisenniveau, die Zahlungen, die vor dieser großen Krise stattfanden. Und hier war Indien der größte sozusagen Remittance-Markt. Und hier sind von Gastarbeitern im Ausland etwa über 80 Milliarden Dollar zurück nach Indien geflossen. Und wenn man sich etwas das Ganze näher ansieht, dann sieht man, dass hier auch Mexiko und die Philippinen sehr weit oben stehen mit über 40 Milliarden Dollar beziehungsweise 35 Milliarden Dollar, die hier in diese Märkte zurückgeflossen sind. Und genau in diesen Märkten ist Ripple mit entsprechenden ODL-Korridoren, also mit On-Demand, Liquidity und seinem XRP-Produkt quasi vertreten. Und das Besondere ist jetzt, dass ich hier mit ODL quasi Dollar reingeben kann. Und auf der anderen Seite in Mexiko kommen dann mexikanische Peso an. Und das geht eben nur mit Ripple und ODL, nicht mit Bitcoin und Lightning. Ich kann zwar auch Bitcoin sehr leicht über die Grenze dann verschicken, aber auf der anderen Seite hat der Empfänger dann das Problem sozusagen, er muss dann schauen, wie er dann weiterkommt, wie er seine Bitcoins dann wieder in lokaler Währung umwechseln kann. Und das eben hat Ripple sehr elegant gelöst. Man hat in den letzten Jahren sehr intensiv daran gearbeitet, um dieses ganze On-Ramp und Off-Ramp von Fiat-Geld zu lösen. Und daher ist es deutlich einfacher im Prinzip für diese ganzen Gastarbeiter im Ausland, ihr Geld in die Heimat zurückzubringen über diese Ripple-Lösung als jetzt über das Bitcoin-Lightning-Network. Ein weiteres Manko für Bitcoin und das Lightning-Network ist dieses Thema Liquidität. Denn die ist in diesem Lightning-Network vorerst begrenzt. Dazu muss man wissen, dass man nur so viel über das Lightning-Network verschicken kann, wie auch Liquidität in den entsprechenden Zahlungskanälen bereitgestellt wird bzw. insgesamt im Netzwerk vorhanden ist. Und da hat zwar das Lightning-Network zuletzt einen Erfolg bzw. Meilenstein melden können, denn inzwischen sind hier 5000 Bitcoins geparkt, sozusagen gelockt in diesem Netzwerk. Also wir sprechen hier über eine Liquidität von etwa 100 Millionen Dollar. Das hört sich erst einmal relativ viel an, ist es aber in Wirklichkeit nicht, denn wir sprechen hier über 0,2 bis 0,3 Prozent aller umlaufenden Bitcoins, die hier quasi gelockt sind. Und wenn man jetzt diesen gesamten Remittance-Markt ansieht, also wir sprechen ja hier nicht nur über Gastarbeiter, die ihre Familien in der Heimat unterstützen, sondern hier gibt es auch große Firmen, die hier viele, viele Auslandsüberweisungen tätigen. Und dieser gesamte Cross-Border-Zahlungsmarkt wird ja in diesem Jahr auf etwa 156 Billionen, also nicht Milliarden, sondern 156 Billionen US-Dollar taxiert. Und da ist natürlich 100 Millionen Dollar an Liquidität relativ wenig. Und daher ist es in meinen Augen völlig unrealistisch zu glauben, dass diese ganzen Cross-Border-Zahlungen über das Bitcoin-Lightning-Netwerk laufen können. Dass sich Bitcoin mit Lightning in diesem Remittance-Markt weiter schwer tut, zeigen auch die aktuellen Zahlen aus El Salvador. El Salvador hat ja im letzten Jahr den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Und hier war die Hoffnung groß, dass eben viele Remittance-Zahlungen künftig über den Bitcoin laufen, um eben da Gebühren zu sparen. Aber das Ergebnis ist relativ ernüchternd, denn laut Zahlen der Zentralbank von El Salvador wurden nur 2% dieser Remittance-Zahlungen tatsächlich dann auch über Bitcoin abgewickelt. Und das ist natürlich schon enttäuschend. Und man kann natürlich jetzt diskutieren, woran liegt das genau? Und meiner Meinung nach liegt das nicht nur an dieser begrenzten Liquidität, sondern auch an dieser fehlenden Benutzerfreundlichkeit. Denn es ist natürlich so, dass beide Seiten, sowohl Versender als auch Empfänger, online sein müssen, sonst funktioniert das Ganze nicht und so weiter. Also ihr seht schon, hier gibt es noch einiges zu tun. Und man muss sich hier nicht wundern, wenn die Leute hier nur zögerlich auf den Zug aufspringen. Ripple dagegen boomt im operativen Geschäft und inzwischen hat sich auch der XRP-Preis wieder erholt. Zuletzt sah es sogar so aus, dass diese Kryptowährung XRP diesen monatelangen Abwärtstrend durchbrechen konnte. Und wie es momentan aussieht mit dem XRP-Kurs, das schauen wir uns jetzt auch mal im Bildschirm an. So, wir sehen hier den Ripple-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Bitstamp und heute ist der 27. Oktober am Donnerstagvormittag. Und wir können den XRP-Kurs etwas freundlicher bei über 47 Cent sehen. Wir können erkennen, dass sich Ripple im Sommer auf dem Niveau von etwa 30 Cent stabilisieren konnte. Ich habe hier eine rote Unterstützungslinie eingezeichnet. Und jetzt sieht es danach aus, als könnte Ripple eine neue Aufwärtsbewegung starten. Zumindest hat der XRP-Kurs jetzt diese 200-Tage-Linie überwinden können. Und auch dieser 50-Tage-Durchschnitt hat jetzt diese rote Linie von unten nach oben durchbrochen. Also wir haben das erste Golden Cross jetzt seit 15 Monaten bei Ripple. Und das ist durchaus ein positives Signal, denn als das letzte Golden Cross aufgetaucht war, bei Ripple ging es 176% nach oben. Das war, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, am 17. Juli. 2021, als das letzte Golden Cross hier aufgetaucht war. Und das war diese Situation hier, als hier Ripple aufgesetzt hat auf etwa 50 Cent. Und dann ging es zwischenzeitlich wieder auf etwa 1,41 Dollar nach oben. Da war dann Schluss. Und seit hier, wie gesagt, haben wir eine deutliche Konsolidierung gesehen, die aber nun zu Ende zu gehen scheint. Also in den letzten Wochen haben wir nochmal eine Zwischenkonsolidierung bei Ripple gesehen. Also XRP ist ja zwischenzeitlich am 9. Oktober auf fast 55 Cent schon wieder hochgelaufen. Danach, wie gesagt, folgte eine Konsolidierung und ich hatte ja ein Kauflimit bei etwa 42 Cent im Markt und bin hier leider nicht ganz zum Zuge gekommen, weil der Abwärtstrend hier bei knapp über 42 Cent gestoppt wurde. Und jetzt also, wie gesagt, deutet sich ein neuer Aufwärtstrend bei Ripple an. Und das scheint sich auch im Trendfolgeindikator MACD wiederzuspiegeln, der hier wohl wieder drehen könnte. Also wir haben zunächst einen Berichtstrasse-Ober am 10. Oktober gesehen, wo durch diese Kurse in den letzten Wochen konsolidiert sind. Aber jetzt könnte der MACD hier erneut drehen. Also wenn diese türkise Linie, die orange Linie, wieder von unten nach oben durchschneidet, wie das zum Beispiel Anfang September der Fall war, dann denke ich, steht Ripple vor einer neuen Aufwärtsbewegung. Aber das muss in den nächsten Tagen noch abgewartet werden, ob sich hier tatsächlich ein Polish-Crossover ergibt. Der RSI, der relative Stärke-Index, orientiert sich ebenfalls wieder nach oben. Wir haben ja eine überkaufte Situation Ende September gesehen. Die ist aber inzwischen durch diese Konsolidierung in den letzten Wochen abgebaut worden. Also von daher hätte Ripple bzw. XRP wieder Luft nach oben. Und das Umbalance-Volumen OBV ist hier im Aufwärtstrend. Bedeutet, die Großanleger sind tendenziell auf der Kaufseite unterwegs. Und das hat sich in den letzten Monaten schon im Check-in-Money-Flow wieder gespiegelt. Also hier hat sich massiv Kaufdruck teilweise aufgebaut. Im Juli schon und auch nochmal im September. Allerdings in den letzten Wochen ist dieser Kaufdruck etwas abgehört. Wie gesagt, wir haben hier eine Zwischenkonsolidierung gesehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann das CMF hier wieder in den positiven Bereich zurücklaufen? Sehen wir Nachkäufe bei Ripple, dann würde ich das als sehr positiv werten. Also dann denke ich, würde Ripple hier relativ schnell Richtung 60 Cent laufen. Aber das bleibt eben abzuwarten, ob wir diese Nachkäufe sehen. Das 50-Tage-Momentum, das wir hier sehen, ist auf jeden Fall im Aufwärtstrend. Also vieles spricht dafür, dass sich dieser Aufwärtstrend, den wir in den letzten Wochen schon bei XRP gesehen haben, weiter fortsetzen wird. Wir haben ja auch im Wochenchart bei XRP positive Signale. Dieser Trendfolgeindikator MACD hat ja schon am 1. August ein Bullish-Gross-Over geliefert und hat damit schon eine Art Trendwende frühzeitig angezeigt. Auch der RSI auf Wochensicht würde ich ebenfalls hier leicht Bullish werten. Einzig und allein ist der MACD auf Monatssicht noch etwas bearisch. Also wir haben hier dieses Bearish-Crossover vom 1. Januar 2022, das ja immer noch intakt ist. Aber jetzt kommt das große Aber. Auf diesem Niveau hier unten hat der MACD auf Monatssicht auch im Jahr 2020 gedreht. Also Juli, August, im Herbst 2020 haben wir hier einen Trendwechsel gesehen. Und das könnte jetzt wieder in den nächsten ein, zwei Monaten der Fall sein, wenn wir hier einen Bullish-Gross-Over bekommen würden auf Monatssicht. Dann würde ich das als sehr, sehr Bullish für XRP werten. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir tatsächlich diese Kurszuwächse von 170, 180% bei Ripple nochmal sehen werden. Vor allem dann, wenn Ripple diesen Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC gewinnen sollte. Also Brad Garlinghouse hat ja zuletzt gemeint, dass dieser Fall wohl in drei, vier Monaten entschieden sein wird. Und dann kann ich mir durchaus nochmal eine deutliche Kursrallye vorstellen, zumal auch das operative Geschäft bei Ripple natürlich weiterläuft. Man hat hier auch Fortschritte gemacht. Also man testet hier unter anderem diesen XRP Ledger Sidechain, die hier mit der Ethereum virtuelle Maschine kompaktibel sein soll. Und warum das so wichtig ist, genau darüber wollte ich mit euch jetzt doch vor der Kamera sprechen. Also Ripple wieder im Aufwind und ich kann mir nach diesem Golden Cross gut vorstellen, dass wir weiter steigende XRP-Kurse in den nächsten Tagen und Wochen sehen werden. Insbesondere dann, wenn Ripple diesen Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gewinnen sollte. Ripple-Chef Brad Garlinghouse hat ja zuletzt durchblicken lassen, dass dieses Verfahren wohl in drei, vier Monaten zu Ende sein wird. Man hat zuletzt wieder einen neuen Teilerfolg erzielen können, denn man hat Einblick in diese Hinman-Rede, in diese Dokumente bezüglich dieser Hinman-Rede erhalten. Wodurch sich die SEC lange ja gewährt hatte und es geht darum, dass dieser ehemalige SEC-Direktor William Hinman im Jahr 2018 oder 2019 behauptet hatte oder klargestellt hatte, dass eben Ethereum kein Security ist, also kein Werbpapier ist und Ripple kann natürlich da ableiten, dass man ebenfalls jetzt in diese Kategorie fällt. Und Garlinghouse hat dann auch nochmal nachgeschoben, dass durch diese Unterlagen jetzt vielleicht sogar ans Licht kommt, wie schändlich eigentlich die SEC sich in diesem ganzen Verfahren verhalten hat. Und das spricht natürlich dafür, dass Garlinghouse davon ausgeht, dass man diesen Fall gewinnen wird. Nochmal kurz zurück zu dieser XRP-Ledger-Sitechain, die kompaktibel mit dieser Ethereum-Virtuelle-Maschine sein wird. Also das Ganze läuft zunächst auf den Testnet parallel zum XRP-Ledger-Mainnet und wird auch zunächst erlaubnispflichtig sein. Heißt, nicht jeder wird mitmachen können. Das wird sich erst Anfang 2023 ändern. Und dann erst in einem dritten Schritt wird das Ganze im Mainnet kommen, also mit dem XRP-Mainnet verknüpft werden. Und dann ist es möglich, dass ich als Entwickler hergehen kann und meine Smart Contracts, die eigentlich auf Ethereum laufen, die kann ich dann auch auf dem XRP-Ledger einsetzen und das ist dann der große Vorteil dieser Sidechain. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also ich denke, dass Bitcoin und Lightning keine große Gefahr sind für Ripple und sein ODL-Geschäft. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass Ripple in den nächsten Jahren seinen Marktanteil in diesem Remittance-Markt weiter ausbauen kann, weil man eben in den letzten Jahren hier sehr gut gearbeitet hat. Man hat diese ganze Off-Ramp, On-Ramp-Fiat-Geschichte sehr gut lösen können. Und das zeigt auch, dass die organische Nachfrage da ist. Also man hat ja sein ODL-Geschäft quasi über das letzte Jahr verzehnfachen können, während Bitcoin mit dem Lightning-Network noch mit der ein oder anderen Kinderkrankheit sozusagen kämpft. Die Liquidität, wie gesagt, ist eher begrenzt. Und darum sehe ich eher Ripple und ODL hier auf der Siegerstraße. Und ich denke auch, dass sich das positiv auf den XRP-Kurs auswirken wird. Aber das ist, wie gesagt, nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann interessiert mich eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Glaubt ihr, dass wir in den nächsten Jahren noch mehr ODL-Korridore von Ripple sehen werden und sich das positiv auf den XRP-Kurs auswirken wird? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergehoff macht. Und ihr könnt natürlich, wenn wir an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Gackchen drücken, dann werdet ihr informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Das nächste Video von mir kommt dann voraussichtlich erst am nächsten Donnerstag, weil am Dienstag ist bei uns ein Feiertag, zumindest in Bayern. Daher wahrscheinlich erst am Donnerstag. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dann wieder mit dabei seid, reinschaut. Und reinschauen könnt ihr auch am kommenden Samstag in unseren Krypto-Report, denn da berichten wir über spannende neue Projekte, über Airdrops, kostenlose Coins, die ihr erhalten könnt von Projekten, die vielleicht in Zukunft sehr groß werden. Und wenn euch dieses Thema interessiert, ihr wisst ja, unter krypto-report.de könnt ihr euch nach wie vor kostenlos anmelden und dann bekommt ihr auch die Gewinner und Verlierer der Woche kostenlos in euer E-Mail-Postfach. Damit sind wir schon fast am Ende für heute. Und mir bleibt eigentlich nur, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Video.